Wahrscheinlich nur ganz leise. Ist ja auch gut so, wenn man es nur ganz leise wird. Kriege ich ja immerhin keine Probleme wegen Copyright. So, einmal hier das Holz mitnehmen. Bam, 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 bam. Ach ja, schöne Lützchen auf Zelda-Musik. Passt eigentlich. Allerdings würde es mehr im Dorf passen, anstatt jetzt hier. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier langlaufe. Ich laufe einfach irgendwo sinnlos rum. Aber hier waren wir hier schon. Anscheinend waren wir da schon. Wollte aber eine Fackel. Und hier geht es nochmal nach oben. Aber hier ist sonst nichts weiter. Blöd. So, weißt du was? Ich glaube, ich geht es nochmal. Das Lapis-Las will nämlich halt auch mal mit. Da kriegen wir immerhin Erfahrung. Auch wenn das das Inventar extremst schnell voll macht. Was war denn da jetzt? Ach, Spinnenwebe. So, die Frage ist, wie komme ich jetzt da runter? Sicher runter auf jeden Fall. Aber wir können ja auch erstmal hier gucken. Hey, Skelett! Danke für die Erfahrung. Kann nicht gut gebrauchen. La, 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 la. Let's go of Zelda Let's Play läuft ja auch nebenbei. Zwei Folgen pro Tag, falls einen das interessiert. Dann werde ich nach und nach auch so gut wie möglich alle Teile machen. Also jetzt erstmal Skyward Sword und dann... ...erst mal hier das Wasser wegmachen, bevor ich weiter laber. Kommt das her! Alter! Ach, komm! Muss das jetzt... Muss mich das jetzt ärgern? Da hinten ist ein Spawner. Falls ihr den gerade gesehen habt. Ach, das Wasser ist schon... Jetzt... Jetzt geh doch! Also das Wasser ist schon manchmal... ...blöd. Alter, hier geht's nach oben, nach unten, nach links, nach rechts. Ich hör schon wieder einen Zombie. So, diesmal bin ich schlau und grab mich nicht einfach so nach unten. Aua, wir hatten nämlich jetzt getroffen. Geht's dir noch ganz gut, oder was? Da unten haben wir Redstone. Aua! Alter, hau ab! Ach, das ist ein... Ach, ein Dungeon! Was willst du denn? Hau doch ab! Geh mir doch nicht auf den... Geh mir doch nicht auf den Zeiger, Mann! Tralala, so. Jetzt dürfte da nichts mehr spawnen, da kann ich mal in Ruhe... ...ein Brötchen essen. Wo sind wir denn jetzt eigentlich gerade? Natürlich wieder unter Wasser. Wieso sind die Dungeons hier alle unter Wasser? Eisen. Ja, das kann ich mal mitnehmen. Komm, den Faden haben wir auch gerade einen Snack. Und das Schießpulver nehme ich halt auch mal mit. Alter, wie viel Faden auch schon wieder hier ist. Vier Eisen. Kakaobohnen kann man auch mal mitnehmen. Das Brot und den Eimer. Verdammt, das sind ja alles Sachen, die ich mitnehmen muss. Aber Kohle nehme ich auch mit. Gut, hier kann ich nach unten. Jetzt nehmen wir schon wieder Level 6, das ist ja schön. Also ich würde gerne mit Level 30 hier rausgehen. Ich hoffe, ich schaffe das. Ach, da unten war ja der Redstone. Den müsste ich eigentlich auch mitnehmen. Weil den brauchen wir ja noch für unsere Erntemaschine. So. Aber die Frage ist, wie mache ich das jetzt? Zack, zack. Machen wir das ja immer hier schnell dicht. So. Immer jetzt schön auf Sicherheit. Habe ich noch Pflasterstein? Pflasterstein, Pflasterstein, Pflasterstein? Habe ich noch Pflasterstein? Wieso habe ich keinen Pflasterstein? Neh mal den Kies. So, ich kann wetten, da unten drunter ist Lava. Hallo? Ich krieg's am Hals. So, weißt du was? Das Spiel hat er nicht gespeichert. Ich gehe da jetzt nochmal schnell raus und lade nochmal neu. Laden. Weil das mache ich jetzt nicht hier. Das ist mir jetzt echt zu blöd. Auch wenn wir jetzt da schon die ganzen Rohstoffe gefunden haben. Aber ernsthaft, nee. Da fange ich lieber nochmal von vorne an. Es ist doch nicht zu fassen. So, da war ich schon. Hier war ich anscheinend noch gar nicht. Ach doch, hier war ich doch auch schon. Hier habe ich doch das Eisen geholt. So. Auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr versteht das. Ich habe Glück gehabt, dass es noch nicht gespeichert hat. Ich sollte jetzt demnächst öfters mal speichern. Ja, 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 ja. Ich weiß doch, wo du bist. Du bist doch... Ja, mein Herz jetzt hat sich gerade wieder verabschiedet. Aua! Spasti! Was? Wo? Wo ist er hin? Ha, 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 ha. Aua! Der trifft mich trotzdem noch, der Idiot. Ist ja unglaublich. Da, 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 da. Höh! Diesmal nicht, mein Freund. Na, komm doch. Scheiße. Alter, das tut doch immer rums, wenn die explodieren. Ist doch voll übertrieben. So, die Kohle hole ich mir natürlich wieder. Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt in Lava gefallen bin, weil ich hatte eigentlich auf den Redstone gezielt und nicht auf dem Block unter mir. Aber naja. Egal. So, da, hier war noch Eisen, das weiß ich. Da ist jetzt mal schnell eine Fackel hin, damit ihr was seht. Und dann hole ich mir das hier nochmal schnell. Und dann gehen wir mal hier hin. Genau, hier sind wir lang gelaufen. Da war hier irgendwo so ein Kacki-Skelett. Genau, dann sind wir da durch, aber ich kann bestimmt auch hier nicht durch, das war ja klar. Und da habe ich Kohle übersehen vorhin. Mensch, wie konnte sowas nur passieren? Hat mein Gamer-Auge das gar nicht gesehen. So, ja. Die Frage ist, wo finden wir Diamanten? Oder sollten wir wirklich mal Strip-Mining machen? Aber das ist im Let's Play halt extrem langweilig. Da muss ich Themen finden, worüber ich reden kann. Weil sonst lohnt sich das nicht. Wo geht's denn da oben hin? War ich da oben schon? Ich weiß es nicht. Ist auch egal. Wir laufen... Wir laufen hier ja auch einfach bloß mal so rum. Ja, ja, Zombie. Ich habe dich gehört. Ich weiß doch, dass du hier irgendwo bist. Und mich juckt es gerade am Ohr. Moment. Ah, schon besser. Musik ist auch gerade sehr panisch. So, weißt du was? Jetzt erstmal hier wieder freies Sicht schaffen. Na, super. Ich habe da mal Angst, dass da direkt neben mir was spawnt. Aber darf es ja eigentlich gar nicht. Weil und so. Ach, schau an. Hier geht es noch weiter nach unten. Und hier gibt es Eisen. Dann nehme ich das doch einfach mit. Dort ist aber nichts weiter. Da geht es aber bestimmt noch... Moment, ich mache das mal schnell dicht hier. Geht es da eventuell noch weiter nach unten? Redstone! So, zack. Gut, da geht es nach unten. Da geht es auch nach unten. Okay. Hier muss doch bestimmt noch irgendwo was sein. Wir graben uns doch... Wir graben uns einfach mal nach unten. Mal sehen, wo wir rauskommen. Da haben wir noch mehr Redstone. Noch mehr Redstone. Mensch. Das ist eine Goldgrube an Redstone. Kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. Ach, da habe ich noch was übersehen. So. Lalala. Alter. 45 haben wir schon wieder. Ich grab mich einfach mal nach unten. Vielleicht ist da unten ja noch was Schönes. Außer Lava nichts gewesen. Aha. Tja. Das hat sich gelohnt. Auf jeden Fall haben wir Redstone gefunden. Und ich musste nochmal schnell ein Brot in die Kiemen hauen. Oder auch zwei Brote. Und dann nehme ich mal kurz das Schwert. Aha. Da haben wir noch Eisen. Ich habe gedacht, das funktioniert. Also Adventure Maps sollte ich nicht machen. Da würde ich sowas von versagen. Aber auf jeder Karte. Was willst du denn? Halt doch die Fresse. So. Ist ja unglaublich. So. Das Lapis Lazuli nehme ich auch mit. Ja. 27. Gut. Das ist jetzt noch nicht so viel. Brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Da ist schon wieder die Karte zu Ende. Und hier geht es nach oben. Ist jetzt eigentlich nicht so gut für Diamanten. Und da ist außerdem auch gar nichts. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Ach da. In der Schneewelt. Okay. Dann gehen wir doch mal hier hinten hin. Da kann ich auch keine Fackel hinsetzen. Geil. Okay. Hier hat es sich voll gelohnt hinzulaufen. Da oben war noch Kohle. Ich weiß. Ich habe es gerade gesehen. Aber die lasse ich jetzt einfach mal demonstrativ liegen. Alter. Was ist denn das für eine Riesenhöhle? Da haben wir schon wieder Redstone. Da oben. Da oben. Da oben. Da oben. Bis zum nächsten Mal.